Hi, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Och, Mensch. Soll ich dir das nächste Mal Ohrstöpsel mitbringen? Das geht ja gar nicht, wenn die Person neben dir den ganzen Arm schneicht, ey. Das ist so nervig. Mensch. Mensch, hast du den gut gefrühstückt heute wenigstens? Ich weiß, das Essen hier... Naja, heute haben wir einen sehr aufregenden und tollen Tag vor uns. Ja, du warst jetzt zu lange nicht mehr in der Schule. Und ich hab mir gedacht, es wird wieder Zeit, dass wir zusammen den Stoff ein bisschen auffrischen. Wie hört sich das für dich an? Nicht so? Naja. Ich versuche es dir wirklich so angenehm, wie es nur geht zu machen. Und ich verspreche wirklich, wenn es für dich zu viel werden sollte, dann stoppen wir da. Und dann darfst du wieder ins Bett. Aber ich glaube, es wird dir Spaß machen, ja? Ich zeig dir einmal, was ich für heute geplant habe. Okay. Ich habe ein Heftchen mitgebracht. Mein Lern- und Übungsblock. Vorschule. Formen, Farben, logisches Denken. Wir schauen da gleich mal rein. Aber es sind wirklich keine schweren Aufgaben. Das sind wirklich sogar sehr spaßige Aufgaben. Ja, okay. So, bevor wir beginnen, muss ich einmal bei dir Blut abnehmen, Blutdruck messen und Fieber. Ja. So. Wir entspannen uns jetzt erstmal ein bisschen, bevor wir deinen Blutdruck messen. Okay, ich möchte, dass du jetzt, ich möchte, dass du jetzt nichts mehr sagst, einmal tief durchatmest und wieder ausatmest. Ja, das kannst du gerne noch ein paar Mal machen. Und in der Zeit, juckt meine Nase, in der Zeit, beeilte ich das vor. Ja. So, Schätzchen, das hier ist das Blutdruckmessgerät. Und das wird sich gleich um deinen Arm einmal ganz fest, ganz, ganz fest saugen. Das kann vielleicht ein bisschen spannen, aber das ist in Ordnung. Wir müssen das messen, ja. Wir müssen den Blutdruck messen. So, dann nehmen wir einmal diesen Arm hier. Ich mache dir das einmal vernünftig um. So, dann stellen wir das ein. Und dann warten wir jetzt einen kleinen Moment, ja. Bis sich das Gerät einmal aufbläst. Siehst du, das fängt schon an. So. Das braucht ein paar Sekunden. So. Sehr gut. 120 zu 80. Ich wusste es. Du bist gern gesund. Du bist gesünder als wir hier alle. Bläger innen. So. Ja, war nicht so schlimm. So, dann messen wir jetzt einmal noch dein Fieberchen. Ja. Ja. Aber dir geht es schon deutlich besser als die letzten Tage, ne? Ui. Was war denn los, die letzten Tage bei dir? Stets hohes Fieber. Fieberträume. Gar nicht gut, ne? Schützelein. Das wird wieder. Mach dir da keinen Kopf. So, dann einmal deinen Arm hochheben. Ja, ich halte dir das hier so lange hin. Und dann schauen wir mal, was das Thermometer so sagt, ja. Ich bin da sehr zuversichtlich heute. Na, siehste. 38. Das ist doch schon mal besser als 40, ne? Wenn du merkst, dass dir das Blut irgendwie in den Ohren schießt oder so, brechen wir das jetzt sofort ab. So, dann müssen wir einmal noch leider Blut abnehmen. Ja. Das muss ich ins Labor schicken. Das tut mir wirklich leid. Ich mache das auch wirklich so sanft, wie es nur geht. Komm her. Ich desinfiziere einmal deinen Arm. Die Stelle. Wir haben aber auch gar kein Wetter mit dem Glück. Wir haben auch gar kein Wetter mit dem Glück heute, ne? Ja, da merkst du, seit wie vielen Stunden ich schon heute wach bin. Gar kein Glück mit dem Wetter heute, ne? Erst sonnig, dann wieder Regen, dann wieder sonnig. Sonnig geht die Spritze vorher zeigen. Gut. Keine Angst. So. Was hast du eigentlich geplant, wenn du hier wieder rauskommst? Nächste Woche. Vielleicht ist das Wetter bis dahin ja auch schon ein bisschen besser. Dann kannst du vielleicht picknicken gehen. Oder vielleicht, ähm, ist ja demnächst auch mal wieder so ein Sommerkino. Es ist zu früh, ne? Und ich wusste, dass so das Piks jetzt einmal ganz schneidet. Siehst du? Und schon vorbei. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, wir starten auch schon. Bist du bereit? Gut. So. Wir haben ein bisschen was aufzuholen, aber wir machen jetzt nicht weiter den ganzen Stoff. Wir fangen einfach an und schauen, wie weit du kommst. Was so deine Kapazitäten sind, ja? Okay. So. So. Die erste Aufgabe lautet, wie viele Sterne kannst du sehen? Wie viele Sterne kannst du sehen? Sehr gut. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Sterne. Schreiben wir hier hin. Mega. Mega. Aufgaben Nummer zwei. Wie viele blaue Folgen gibt es? Wollen wir mal zusammen durchzählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Es sind zehn. Siehst du? Von wegen Mathe liegt ja nicht. So. Dann machen wir jetzt ein bisschen logisches Denken. Verbinde die richtigen Paare, lautet die Aufgabe. aber das wollen wir jetzt auch tun. Wir verbinden die richtigen Paare. Verbinde die richtigen Formen. Wir haben die Ente gehört zu diesem Schatten. Wir haben die Ente gehört zu diesem Schatten. Dann haben wir noch das hier. Das Brot und der Rekschirr. Und der Rekschirr. Finde den Ausgang aus dem Labyrinth. Da würde ich mal sagen, schauen uns wir das ein bisschen genauer an. Okay. Finde den Ausgang aus dem Labyrinth. Ja, da muss ich selber auch mal schauen. Das ist nämlich nicht so einfach. Starten wir mal. Hier. Hier sagtest du. Okay. Und dann geht es hier, hier, hier und hier hin. Gibt es vielleicht mehrere Ausgänge, frage ich mich gerade. Ja, gibt es. Hier ist auch ein Ausgang. Schau mal. Und vielleicht gibt es auch noch einen. Einen hier. Ja, der ist ein bisschen komplizierter. Siehst du. Oh, den gibt es ja gar nicht. Okay. Vergessen wir das. Welche Form passt unten rein? Überleg nochmal. Sehr schön. Das Tee. Ich habe das Gefühl, wenn du das nächste Mal in die Klasse gehst, wirst du eine überspringen müssen. So fleißig, die wir hier lernen. Das kannst du. Reiße alle roten Geschenke ein. Da bist du wirklich der absolute Profi drin. Sehr gut. Es sind vier Geschenke. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Kniffliger. Knifflig. Knifflig. Verbinde die Kreise. Gut, dass ich kein Deutsch unterrichte. Verbinde die Kreise mit den richtigen Lücken im Bild. Mit den richtigen Lücken im Bild. So, das ist das Bild. Und wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Kreise, die irgendwo hierhin gehören. Aber wir wissen nicht, wohin. Deswegen müssen wir jetzt mal genauer schauen. Das hier sagst du. Ja, sehe ich auch so. Hier haben wir die Blumen. Die Blumen gehören zu den Blumen. Hier haben wir blau und nochmal blau. Also muss das eigentlich nach oben hin, sagst du. Genau, weil hier auch die Sonne ist. Und das letzte Tag gehört dann hierhin. Und dann bleibt nur noch das hier übrig. Die Aufgabe finde ich doof. So. Pro Reihe und pro Spalte ein Bild. Pro Reihe und pro Spalte ein Bild. Also das heißt, wir müssen jetzt das fehlende Bild ergänzen. Was fehlt denn hier in der ersten Reihe? Also langsam habe ich das Gefühl, dass du hier ganz schön hochbegabt bist. Das entspricht nicht deinem Alter, wie alt du bist. Und auch mal, Schätzchen. Dann muss ich mal mit deiner Mama sprechen, dass du vielleicht in eine andere Schule kommst, wenn du hier rausgehst. Also, ich unterrichte hier einige Kinder, aber so schlaue Kinder wie du, das trifft man nicht jeden Tag. Häschen, sehr gut. Ja. Ich weiß. Ich zeichne gut. Fällt dir das oft auf im Alltag oder in der Schule, dass du so Aufgaben sehr leicht meisterst, die eigentlich für dein Alter anspruchsvoller sein müssten. Also, es gibt ja auch Kinder, die überspringen direkt die Grundschule und gehen aufs Gymnasium oder gehen sogar an der Uni. Okay, vielleicht wäre das ja was für dich. So, eine letzte Aufgabe machen wir noch. Welcher Kreis passt in das Bild? Verbinde. Kreis Nummer 1. Kreis Nummer 2. Oder Kreis Nummer 3. Schau mal genau hin. Natürlich. Kreis Nummer 3. Du hast heute so tolle Arbeit geleistet. Deswegen darfst du dich jetzt erstmal wieder entspannen, ja? Und wenn was sein sollte, dann rufst du mich einfach, ja? Okay. Bis dann. Passt uns. Pulsier's Nummer 3.